90 hat er noch. 62. Komm! Komm, Profidio! Mach das! Oh mein Gott, ich meine Maus! Nice! Du Sprayer! Ja, meine Maus singt nur so am seitenen Faden. Aber ich hab'n gegeben. Ja, ja, das ist so. Hauptsache mal gewinnt, egal wie's aussieht. Gehst du mal wieder von hinten? Nö? Oh ja. Dann mag ich das. Ich hab'n mit Granaten. Hä? Hä? Wo sind die doll bei dir? Alle sind schon in der Raum. Er hat 130 Leben. Beide da. Toll. Du röscht auch ein voll drauf, ne? Ja, ich hab'n gesagt, wir werden schon vor auf der Bombe. Naja. Es hat schön ausgesehen. Die gucken beide die andere Seite auf und du röscht. Ich mach'n immer einfach ein bisschen Vorsicht und dann zweimal Wand-Klick. Kommt schon. Ich schmeiß' hier so'n Nade drüber. Nix getroffen. Einer ist drunten Wasser. Wir sind zwei, glaub' ich, Wasser. Bleib einfach down. Halten hab'n okay. Ein Shot. Neiß. Ich hole einen, schitte den anderen Weak. Halt." Ganz schön für den anderen. Ich bin mal wieder am Carry-In. Ja, oh mein Gott, du machst alles. Ich mach alles, sorry. Ich muss immer alle. Ich glaub, ich geh aus dem Rudel. Mainway. Ja, ich bin grad komplett weg. Wollflug hat nicht viel mehr. Oh mein Gott. Was ist das? Base. 100 Leben, unser Base. Hinten Haus. B1, B2. Der Planet. Nö. Oder? Hinten Haus. Loll. Komm, Aaron, du musst uns carryen. Geh mal weg da, renn einfach rum. Da hochkommen ist immer scheiße. Geh mal hier links, links, das ist rechts. Das ist auch scheiße. Wenn dir die Leiter hochkommt, hast du schon Headshots jetzt. Weiß. Wenn du links gehst, kann ich um die Ecke stehen. Schauen wir nochmal. Geht das nicht. Das ist alles frei. Auch frei. Piep, 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 hören wir gleich. Oder? Ja. Nice. Hast du jetzt Cadere Set gemacht? Nee, nee. Schade. Das sieht so aus, gell. Ich hab kein Cadere Set gemacht, ich hab BLP angemacht. Spaß. Ich hab die letzten vier Kits, glaub ich, Headshot. Nice. Nee, ich hab grad... Ich bin gehypt. Von den Youtube-Videos anfeiern, wenn ich das... Ich glaub ich fang auch wieder richtig an mit Youtube-Videos. Aber ich glaub Wulf-Team wollen die nicht so sehen. Ich hab noch keiner gesehen oder gehört. Spawn hell, ja. Spawn hell, ja. Da bist du das. Mainway. Hab einen gehittet im Spawn da hinten noch. Weiß ich. Der red. Sehr schön. Ich fühl mich grad wie der King. Kennt ihr das Gefühl, wenn man... Wer denkt, man ist unbesiegbar und man rennt dann rein, man weiß, man kriegt jeden. Da hatte ich immer ein Call of Duty. Er hat mal ein gutes Aim, er fühlt mich einfach wie der King. Awesome. Geh mal... Tunus. Oh, fast runtergefallen. Hör. Oh, scheiße. Er ist weg drin. Ja, Bluetooth zockt jetzt wieder, da könnten wir 4G4 machen. Geh rein. Blende B1. Oder auch nicht. Einer ist B1. Scheiße. Es ist gut, dass du nicht geblendet hast. Ich wusste auch, dass er da ist, aber irgendwie... Ja, ich schaff's noch. Ist er noch immer da, oder hast du keinen Leichenkämpf? Ich hab keinen Leichen. Der ist hochgegangen auf hinten. Rechts oder links? Hier, oder? Ne, ne, links. Wir haben von... Sehr schön. Ob sie erstmal auf Zeit stehen. Da ist ja noch Zeit. Wie du... Wie du die extra so geierst. Naja. Es ist als ob dich bewegst. Jetzt denken die, ich bin da hochgesprungen. Naja. Sektor clear. Guck mal bitte um die Ecke, wenn das geht. Nix. Warte, ist da auch nix. Da ist auch nix. Das ist nix. Das ist nix. Das ist nix. Das ist nix. Ah, ich hab das gehört. War auch klar, dass er der andere von hinten kommt. Pisser. Guck mal, da steht 0-0. Das ist auch nix, wenn du Power-User hast, oder? Ja. Wasch mal. Wasch mal. Ey, schnell doch... Blende oben, blende oben. Das bin ich. Äh. Ja, das ist keiner. Hier ist einer. Wo? 107. 107 an der Bombe schon. Ich hab noch einen. Drei HP noch. Kugel? Es ist nur ein Kugel. Er tut fast immer, ne? Ja. Selber kann ich gar nicht spielen. Warte. War das deine Freundin-Sound? Was hat's euch fragt auf holländisch? Kann ich einen Harschguck hier haben? Hehehe. Danke. Danke. Alles mit ihm. Ich weiß wie. Deswegen bin ich nicht. Das war das. Es ist nur ... ... ... Es ist eine OP. Warte, ich guck um die Wand, da ist er! Loll! Ich hab extra so links gegangen, so dass du um die Ecke kannst schauen Schau uns wieder an David Nails, carry it Ja, so wie dir Stay together Anders B1, höre ich Lass uns alle B1 gehen Wer ist da irgendwo? Ich wusste Hinten, das Box wieder Der kommt vor Der ist so One-Shot, glaub ich Geh mal helfen, Yugo Kann jetzt sein, dass wir jetzt noch verlieren Wie viel hat der bitte schön geschluckt? Hast du mir zugesuckt? Hab gedacht, der wär schon weak Ja, lass uns alle Mainway gehen Ich schieß die Dünne mal ab, aber geh Mainway Hinten Hinten Wohh die immer weißen, wo wir hingehen, Alter Ne, ich fehl' grad so hart Ey, die weißen immer, welche Seite wir aufgehen Wenn wir zu 0 gehen, sind die alle Tunnel. Jetzt gehen wir hoch, sind die alle hoch. Ja, jetzt sollen wir konzentrieren. Komm, Aaron, komm. Blau, nice. Jetzt hat Hugo es geschafft. Einer muss noch Mainway mitkommen. Fall back! Einfach campen bei der Bombe. Ja, gebrochen Mainway. Fall back! Fall back! Fall back! Fall back! Okay. Inhouse! 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 Bei uns in Base! Inhouse! Da kommt rund! Down! Geh nicht rein, Hugo! Geh nicht rein! Wir müssen bleiben. Koffer einfach den Ausgang hier. Hast du einen anderen Ausgang? Ja. Schön. Geh an. Er ist hier. Er kommt links lang. Geh raus, geh raus. Hier, links, links. Ja, schön, schön. Mach rein, Sound. Er bleibt. Hinten Baum. Go, 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 go! Okay, du kannst das nicht verlieren. Nein. Gut gemacht. Sag mal was für YouTube. Thank you, thank you, thank you, thank you. Check the clear.